Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal PsychiSkin. Heute gibt es mal ein etwas anderes Tutorial Video. Es geht darum, wie ihr eure Minecraft Welten verschicken könnt. Oder zum Beispiel, wie ihr euch, wenn ihr Gefahr läuft, dass zum Beispiel, keine Ahnung, euer PC ist kaputt gegangen. Wie könnt ihr es hinkriegen, dass eure Minecraft Welten, dass ihr die einfach auf einen Stick laden könnt. Oder eben auch per E-Mail verschicken könnt oder als Sicherheitsupdate wieder abrufen könnt. Nun, um das zu verstehen, müsst ihr erstmal wissen, es gibt einen Owner in Minecraft. Oder einen Owner, in dem es alles gespeichert hat, was mit Minecraft zu tun hat. Und dort sind auch die Welten gespeichert. Da gibt es mehrere Wege hinzukommen. Ich zeige euch mal den einfacheren Weg. Der Weg für Profis ist dann schon ein etwas schwierigerer Weg. Aber jetzt erstmal den einfacheren Weg. Ich erzeuge erstmal irgendeine random neue Welt. Wie nennen wir die? Ich nenne die mal, keine Ahnung. 10.000 Jahre später. Einfach E-Mail Welt. Einfach nur zum Testen. Komplett egal, was das für eine Welt ist. Man erstellt sie dann einfach. So, ich warte jetzt besser gleich mal, bis die Welt fertig erstellt ist. Und dann kann man eigentlich gleich schon ein Sicherheitsupdate von der Welt machen. Aber diese Welt hat, wie soll ich es beschreiben? Minecraft hat schon was vorgesehen für Sicherheitsupdates für Welt. Das heißt, Minecraft hat schon daran gedacht, dass man sowas machen will. Das heißt, man muss nicht mehr alles im Owner selber machen, sondern Minecraft macht das für einen. So, jetzt müssen wir aber erst warten, bis die Welt erstellt ist. Okay Leute, ich bin gerade wieder aus der Welt rausgegangen. Und jetzt gehen wir einfach mal auf Bearbeiten und sehen hier Sicherungskopie erstellen, auch Weltenordner öffnen. Ihr seht jetzt auch im Hintergrund ist schon ein anderer Ordner offen, werde ich gleich erklären. Aber zuerst geht ihr einfach mal auf Sicherungskopie erstellen. So, jetzt sollte anscheinend eine Sicherungskopie erstellt worden sein. Jetzt gehen wir mal hier drauf, gehen wieder auf Bearbeiten und auf Sicherungskopie in Ordner. Und jetzt sehen wir hier, haben wir hier eine ZIP-Datei, die heißt, also hier ist das Datum und danach E-Mail-Welt.zip. So, jetzt seht ihr hier die E-Mail-Welt.zip, die ist hier in Backups. Backups. Und jetzt könnt ihr rein theoretisch eure Welt gleich löschen. Ich muss nur noch gerade schauen, eigentlich sollte nichts passieren, wenn man jetzt diese Welt einfach löscht. Löschen. Dann ist hier immer noch, hier unter Backups, ist hier immer noch die E-Mail-Welt.zip. Wenn wir jetzt hier reingehen, wir finden sie einfach nicht mehr in unserer Welt, aber hier in Sicherheits-, also in unserer Sicher-, in diesem Backups-Ordner ist noch eine ZIP-Datei. So, ganz wichtig ist, schaut auch immer nach, ob diese ZIP-Datei da ist. Weil wenn sie nicht da ist, wird es richtig, richtig schwer, das im Falle eines Datenverlustes alles wieder herzustellen. So, jetzt geht ihr einfach wieder in den Punkt Minecraft-Ordner, kopiert meinetwegen die ZIP-Datei oder entpackt sie am besten gleich. Also, hier entpacken und dann seht ihr hier E-Mail-Welt. Und da ist alles mögliche drinnen. Passt auch auf, dass auch wirklich die E-Mail-Welt entpackt wurde, weil es gibt auch noch andere Dinge. Nämlich, dass zum Beispiel, wenn ihr das hier verwendet, dann habt ihr noch einen Überordner drin. Also, passt drauf auf, dass ihr nur die E-Mail-Welt habt und wenn ihr das dann einpackt habt, könnt ihr theoretisch die E-Mail-Welt einfach ausschneiden oder einfach verschieben. Stellt euch das für euch, ist komplett egal. Ihr könnt sie auch einfach kopieren auf euren USB-Stick oder in euren E-Mail-Account rein. Geht jetzt einfach auf Saves und fügt hier wieder unter Einfügen wieder eure E-Mail-Welt ein. Und jetzt muss ich gerade noch schauen, eigentlich solltet ihr, ja, hier ist sie auch schon wieder. Einfach nochmal rein und raus gehen und ihr habt wieder eure E-Mail-Welt. Und im Falle eines Computer-Crafts und ihr müsst Minecraft neu installieren und es ist alles weg, könnt ihr einfach hier in diesen Saves-Ordner reingehen über das Menü in Minecraft. Und dann könnt ihr hier einfach wieder alle Welten reinfügen und es wird genauso funktionieren wie vorhin. Okay Leute, das war eigentlich jetzt ein etwas simpleres Video. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, lasst gerne ein Like und ein Abo da, ist es etwas Nützliches. Und ja, verpasst am besten den Abo-Special-Stream nicht, weiß auch nicht ganz genau wann der sein wird, aber ich werde ihn jedenfalls bald durchführen. Bis dann mal. Ciao, ciao.